hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück bei creativerse einer neuen folge mit herr bär und kia klingt immer eh wie so wer bist du so wir haben hier etwas entdeckt da hinten und wir wollen da gerne runter nur die frage ist noch das war schlau werden unsere helden das überleben ja das wissen wir noch nicht welche helden helden ja das ist frage ich mich warte wie tischiert das hier das möchte ich auch gerne will du bist aber ganz schön mutig herr kollege sie sind verdammt mutig wieso kann ich da nichts dran wappen weiß ich nicht boah hier ist wasser hast glück gehabt egal 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 komm hier runter fall runter ich schwör dir fall hier runter warum mach es das ist wasser fall hier runter wo ich bin hast du energieverlust nein hier kriegst du energie mineralwasser ist das und hier sind was ist das jetzt können wir hier uns das mal angucken was ist das sind das kisten sind das bomben das ist beides ich habe keine ahnung halt warte mal du kannst es angreifen das sind ich sitze hier mal das sind würmer warm 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 ach das sind diese komischen würmer die hatten wir doch glaube ich schon mal die ich nicht ja genau alter was war die denn jetzt weiß auch warum dieses viech hier da unten ist hier alter ach ich schlag auf dich ein du musst pvp unbedingt ausschalten der geht auch ins wasser rein das ist ja mal geil mit dem ja ich bleibe jetzt voll cool hier mit dem wasser ihr habt den jungen können helfen ja voll geil wann sterben die mal ich kann da gleich mal ein tnt ja ich habe ich habe schon einen als blatt in sehr gut was hat das braucht aber verdammt lange bis du hochheizend in diesem mineralwasser ja aber ganz ehrlich aber besser als nix alter weg pass auf ich zünde tnt ok bin weg ich auch es ist schön dass die immer noch da sind ja aber sie ist du brauchst nicht mehr so lange alter ich schlage die ganze zeit auf dich ein hatte ich versuche man kann ich da nicht kann dich hier nicht game options nein konnte ich hier nicht einstellen ne ich glaube da musste ganz raus kann ich nicht mehr blöd aber das konnte man die nächste folge dann ich möchte ich möchte ja chris da auch was denn ach der hat nur so eine komische kralle ja gut bei mir gab es noch ein paar steine ja toll ach super ich muss ne andere obwohl da hinten ist ja auch noch ganz viel was wir erkunden können da hinten ist noch mal so etwas komisch leuchtendes da hinten da hinten ich bin hier hoch ich bin wieder hoch ach so warte mal ich weiß gar nicht wo du bist ich mache mich gerade hier eben etwas lebendiger ach so ach da bist du du meinst da hinten links ne genau also wenn du hochkommst dann ja aber das sieht so aus wie dieses wasser hier ja ja das ist das wasser aber das ist geil total krass ey kann man das mitnehmen ja da brauchst du glaube ich irgendeinen bestimmten handschuh für den ihr wahrscheinlich noch nicht habt nein den haben wir noch nicht nee das ist ja doch ganz am anfang aber geil mit dem wasser ach ja man könnte einfach sagen wir baden genau so ich mache ich erleuchte hier ich mache mal so ein bisschen ha 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 alter boah geht das da tief runter ohne wasser wahrscheinlich diesmal nein mit wasser Hilfe Hilfe ich will da nicht runter krass na komm diese höhle ist aber mächtig die ist echt übelst eigentlich müssen wir mal gucken dass wir hier hallo spiel puh ich dachte schon puh was ist das denn da hinten das sieht so schön aus das sind nochmal so ganz ganz viele Würmer 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 ihr habt die Würmerhöhle entdeckt ja alter wie geil die Höhle ist so riesig die ist verdammt riesig wir müssen nur gucken dass wir den Weg zurück finden ist doch gut für euch ja Brotgruben ne ja irgendwie am besten Kerzengruben ja ja mit Fackeln am besten ja das ist das einfach so was ist das denn hier für ein Stein Hä Koralle Koralle ja das gab's gibts schon länger ja das hattet ihr glaub ich schonmal ja ich hab wüsste nicht mehr wie der aussieht Koralle halt ne Koralle halt ich mach hier mal so ein bisschen Lust überall ne Oh hier sind Viecher ja Krass alter was eine krass geile Höhle Na komm danke hast du eigentlich auch noch Fackelzen oder ne ich hab gar keine Fackelzen mehr du hast gar keine mehr okay sonst hätte ich schon längst mich erleuchtet er hat ne Erleuchtung nein hat er nicht hat er nicht nicht mehr boah was ist das für ne krass geile Höhle ey ich hab hier zwei zwei Bomben übrigens cool sag mir nur wo ich sie hinlegen soll das musst du für dich entscheiden was sammel hier mal so ein bisschen Mold ab Mold den konnten wir ja auch mal gebrauchen glaub ich für irgendwas also es gab kein Rezept als ich den abgebaut habe also anscheinend haben wir es dann schon oder nee konnte man den nicht irgendwie zu was machen ja ich glaub für irgendwas brauchst du den soll ich mal die Bomben bei diesen Würmern probieren kannst du machen aber das gab ja vorher auch nicht so wirklich was blöd ja aber vielleicht ich hab ja noch 7 Frames see you ja ich bin auch nicht gerade gut mit Frames hier alter ist das ne Höhle ey die ist Hammer ja im Moment ist der Wurm drin immer noch ja auch in der Höhle ist der Wurm drin ja weißt du äh äh wir sollten uns mal darum kümmern dass wir diese ähm normalen diese richtigen Lampen kriegen ja ach weißt du was wir haben so viele Lampen noch oben in dem Dings drin ja super ja mach wir dir den nicht mitgenommen äh keine Ahnung weil wir doof sind ich kann irgendwie hier nichts abbauen ich hab nur diesen Stone Schuh ja ich kann hier auch nur diesen Mold abbauen mehr nicht ah super das heißt also wir müssen sowieso hier mal rein wir müssen Obsidian Handschuhe machen ja aber ich nehm den jetzt einfach mal mit gucken was man da raus machen kann schaden kanns nicht genau ja genau so ja während wir hier so ein bisschen durch die Höhle waldern 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 also irgendwie haben wir es ja heute möchte ich auf ein Gesprächsthema kommen seid ihr bereit für das Thema achso ich dachte du kommst jetzt äh nicht in der Öffentlichkeit du bist zuhause du sitzt zuhause ja aber das ist doch ach egal vergiss es auf jeden Fall okay vergessen gut was hm ich hör dir eh nicht zu auf jeden Fall dieses Gesprächsthema ist ein ernstes Thema oh Gott oh nein ernstes Tod ist er untergegangen ja er ist leider untergegangen ernst war 5 konnte nicht schwimmen und das Bügelt Eisen ist auf ihm gelandet richtig scheiß ja nein wir trauern jetzt alle um ernst ja oh ah ne ernst sitzt da ah ne das ist Frank äh wie heißt du eigentlich jetzt ach keine Ahnung ich hab hier noch Kohle gefunden in der Ecke ich hab hier Eisen gefunden uah geil das heißt also Eisen bleibt doch nach Explosionen stehen ne ich hoffe es das war zumindest das war netz ähm du kannst aber du denkst dran dass du dieses Stalaktiten und so weiter mit TNT 1 nicht sprengen kannst ne ne die werden was hab ich denn da überhaupt TNT 1 TNT 1 Explosivbomb hab ich nur oder Explosivbomb was hab ich denn hier was ist denn das warte ich guck mal eben TNT hab ich TNT 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 trinkt nur nix bei Stalaktiten ähm jetzt habt ihr mich voll davon abgebracht ich wollte ein Gesprächsthema anfangen ja fang doch mal endlich an du holst hier ja das Gesprächsthema ernst ist tot Gamescom 2015 ja echt jetzt ja ist schon bald ist bald ist bald ist bald ist bald ist bald ist bald wir haben eine woche nur Ruhe und dann anderthalb woche ne eine anderthalb woche ne eine anderthalb ja wow ja das wird ähm es wird sehr spaßig wieder gehst du denn hin ne ich äh lasse gucken du lässt gucken natürlich geh ich hin echt jetzt mit wem ja sicher ja da hat sich so ein komischer ähm hat so ein komischer Typ hat mich gefragt ob ich mitkomme ach nennt sich ähm Herr Bär LP oder so ähnlich ah ja ich kenn den ja so ein ganz komischer Fuzzi 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 Katze ne nicht keine Katze ne hattest du wie ne Katze an und mit dabei ach so das meinst du ne ilke ja ja natürlich sind wir da wife Jaha ja okay die beiden ich nicht Nein, du nicht. Du nicht. Ne, wir hätten dich auch gar nicht mitgenommen. Passt ja gar nicht ins Auge. Ne. Eben. Will ich auch nicht. Obwohl, ich habe noch Platz im Kofferraum. Ja, der hätte ja auch Platz. Obwohl, der muss sich dann mal aufräumen. Yeah, ich habe ein Rezept gelernt. Cool, was denn? Ähm, Adobe Wall. Adobe Wall. Ja. Ist so richtig, oder? Ja, ist so richtig, oder? Äh, okay, das kann man leider nicht mehr sehen. Kannst du nicht sehen. Ach, bau doch mal schneller ab. So. Äh. Ja? Was haben wir jetzt gemacht hier? Weiß ich nicht. Ähm. Ehele. Entschuldigung. Ah, geht. So. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir hier 86 Grad haben in der Höhle? Ja, gut, tatsächlich. Zum Glück nur Fahrenheit. Sicher? Ach ja, schön. Ja, nein, Gamescom. Freust du dich? Ja, klar freue ich mich. Ich bin gespannt, was wir da alles erleben werden. Ja, ich bin auch mal echt gespannt. Ich möchte einen ausführlichen Bericht von euch haben. Oh, den wirst du kriegen, glaube ich. Oh, ja. Ähm. Ähm. Doppelt und dreifach unterzeichnen. Vielleicht sollte ich mal eben kurz erwähnen, welche Tage wir da sind, falls wir mit uns, ähm, ja, vielleicht mal zufällig treffen wollen. Alter, weißt du, was scheiße ist? Ja, ein kleiner, brauner Haufen. Was? Die Viecher, wenn die dich angreifen dadurch und, ähm, dann durch das Wasser laufen. Mhm. Heilen die sich auch. Ja, klar. Aber das ist nicht scheiße, sondern Heilwasser. Ja, aber das ist scheiße für uns. Ach so. Was? Ne, hier ist so ein Viech. Ui, das hört sich an ey. Warte mal, ich setz hier jetzt mal einfach ne Bombe. Ui. Was war das denn? Bist du zurückgefallen? Ne, die Bombe, das ist ne, ne Granate ist das nur. Ach so. Bleibt das stehen? Ja. Oh, zu weit. Auch Felix ist gut jetzt. Ach so, das ist Felix. Ich dachte, was schreibt dieses Viech denn so? Was haben sie das so brutal gemacht? So. So quälend, ne? Also irgendwie hör ich Felix grad nicht. Ne? Nein? Echt nicht? Tja, ein Hoch auf, äh, unsere Soundqualität. Ja, äh, ja. Oder ich bin einfach nur schwerhörig. Das kann natürlich auch sein. Naja, gut zuhören tust ja fast nie. Ha, 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 ha. Dich tust schon gut. Ich war frech zu dir. Ach so. Aber ich hab dich lieb. So, ist denn das hier schon abgebaut? Ähm, haben wir jetzt schon gesagt, welche Tage wieder da sind? Äh, nein, das haben wir noch nicht. Ha, 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 ha. Das ist ja noch so ein blöder... Ach, ich weiß, das ist ja noch ein Wurm. Fuck. Ihr solltet das Thema vielleicht bei anderen alles mal weiterführen, wenn ihr euch erst mal gerettet habt. Nein, das passt schon. Alles gut. Nö, 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 nö. Ja, sondern erzählt mal weiter. Alles gut. Ja, alles gut. Ähm, also wir sind am Donnerstag da. Huch. Wir sind grad Fackeln im Sturm. Ei, 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 ei. Also Donnerstag, Freitag, Samstag machen wir ne Pause und am Sonntag. Genau. Cool. Oh, du bödes Vieh. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geht doch. Ah, und dann nur diese Kralle und sowas, ne? Naja, ja, ja. Also, das war Freitag. Genau. Wird auf jeden Fall sehr lustig. Und so viel ich mitbekommen habe, sind ja auch noch ein paar andere, mit denen wir was zu tun haben da. Oh Gott. Wir haben Freunde? Stimmt, da war was. Hm, ja, YouTuber. Ach so, ach so, ja. Ja, ja. So andere komische... Hier ist Ivan. Furzknoten. Hast du noch einen Extraktor? Insgesamt, ja. Ich habe noch insgesamt elf Stück ab. Ja, dann mach doch den hier auch noch mal rein. Wo ist denn hier Iron? Hier. Da Ironie, ha, guck mal hier. Ah, wird mir grad nicht angezeigt. Ach so, man sollte auch dann vom Schwert weg wechseln, ne? Solltest du, ja. Was ist denn da rechts, wo ich drauf zugucke? Mein lieber Herrgesangsverein. Und das da, das sieht nach Koralle aus. Und daneben? Und daneben ist, ähm, matt. Matt. Matt, 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 matt. 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 Matt, 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 matt. Ist matt, das ist voll matt. Matt, 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 matt. Matt, 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 matt. Matt, 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 matt. Ja. Tada. Tadadadada. Zack. Bisschen Licht. Ich finde das schon cool, dass man sich jetzt hier so mit Energie auffüllen kann und sowas. Ja. Und sie gleich sofort verlieren. Das Problem ist, das Problem ist, dass das Viech da auch Energie kriegt. Echt jetzt? Ja, ja. Das hat aber... Von dem Wasser. Das ist ja... Ob wir vielleicht... Vielleicht sind wir auch besser als das Viech. Ja, warte. Bist du schon am Kämpfen dran tun? Ja, bin ich. Ich komm nicht dran. Oh, weg, 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 weg. Bin doch schon weg. Oh, ich darf nicht so... Ja, haha. Man sollte sich vielleicht erst mal ein bisschen regenerieren, ne? Solltest du, ja. Äh, ja, sollte ich. Hätte Vorteile, oder? Wo ich mal hier so am Kämpfen bin, ähm... Ja, ja. Wie viele Gamescom ist das eigentlich für uns jetzt? Haben wir 2010 angefangen? Boah, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, ja. Ja, 2010, 2011, irgendwie so in dem Dreh, ne? Ja, 10 oder 11 war das auf jeden Fall. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so sicher, wenn ich ehrlich bin. Hast du'n geschafft? Jawoll. Oh, sehr gut. Sehr gut. Oh, sicher, Digga. Hast du fein gemacht. Ich weiß. Ich weiß. Ach, cool. Ich guck dir die ganze Zeit so. Das dauert ja voll lange noch. Hm, 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 hm. Aber die Minute 47 braucht er noch. Also, ich bin sehr gespannt, was, ähm, diesmal uns alles erwartet. Und, ähm... Ich auch. Auf jeden Fall. Wir waren ja... Letztes Jahr waren wir ja zwei Tage da, weil wir dachten, komm, wir versuchen mal zwei Tage hinzugehen. Vielleicht reicht das ja. Haben dann bemerkt, einen Tag gucken, einen Tag zocken, reicht nicht. Nein, das, äh, reicht leider nicht. Reicht, reicht einfach überhaupt nicht. Das heißt also, ähm, ja, dann dachten wir, komm, dann machen wir nochmal... Eigentlich wollten wir ja vier Tage, aber erstens war Samstag sehr schnell weg. Und zweitens... Ja, kein Wunder. Ja, gut, ich hätte ja sowieso keine Zeit gehabt, weil ich da auf eine Hochzeit eingeladen bin. Oh. Ja, von einer sehr guten Freundin und, ähm... Ich wollte grad fragen, deine eigene? Äh, ne, dann wär ich auch zu Gamescom gegangen. Ja, verstehe ich. Voll verständlich, hätte ich das nicht anders gemacht. Eben, ähm, also zukünftiges Schatz, tut mir leid. Ja, na ja, ne, man muss ja ja... Man muss auch Prioritäten setzen. Genau. So sieht's aus. Man kann ja auch heiraten auf Gamescom, das wär doch mal was, ne? Oh, ich... Na, ich weiß. Wieso, wenn du ein Gamer-Girl hast, dann macht das der bestimmt nix aus. So bei EA am Stand oder so. Jo. Ja, genau, der Typ von EA ist der Trauzäume. Ja. EA, it's Merit, oder so ähnlich, was da dann sagen wir. Da oben ist noch mehr Eisen, übrigens. Oh, ich bin gleich tot. Weißt du, was geil ist? Ja, weiß ich. Du kannst die von unten angreifen, die können nicht nach unten. Ja, aber das mit dem Feuer spucken hilft ja auch nichts. Das ist wohl wahr, na? Ich geh mal kurz baden. Ach das. Ach ja. Baden. Ach ja, ich, äh... Ich frag mich ja, wie lange die das hier drin lassen mit dem, äh... Ihr wisst schon. Mit diesem Wasser? Genau. Geht das auch? Ach, egal. Ich hab hier so'n... Hä? Hä? Was war das denn grad für'n Symbol oben in der Leiste? Wo? Da kam dieser runde Kreis, als wenn so'n blaues Viech kommt. Mhm. Aber dann war da irgendwas... Keine Ahnung, irgendein Gerät oder so. Aha. Ja. Mhm. Ich bin geneigt, das zu untersuchen. Mein Forscherdrang ist gewäh... Nein, alleine geh ich da nicht lang. Naja, es ist ja so... Ähm... Hast du Angst? Das liegt ja auch am Namen, ne? Das liegt ja auch am Namen. Christian... Christoph... Christopher Columbus, hä? Roscher. Richtig, 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 richtig. Ach du Scheiße. Hier geht das so viel weiter. Nicht schon wieder, oder? Schon wieder rum? Ja, schon wieder rum. Ich finde... Ist dir schon mal aufgefallen, seitdem sie den Timer macht, gehen die Folgen schneller rum? Ja, die steht ja bestimmt noch auf zwei Minuten oder so. Ich weiß auch nicht. Nein! Auf zwanzig! Auf zwanzig? Kannst du mir nicht erzählen. Warum haben wir dann die letzten drei Folgen über zwanzig Minuten gehabt? Ja, weil ihr danach immer noch weitergequassert habt. Das stimmt doch gar nicht. Oh, ja! Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm... Das sollten wir aber dann in der nächsten Folge dann, äh... Ja, natürlich, machen wir das in der nächsten Folge. Und... Fällt doch gerade... Wir haben... Hab ich eigentlich Holz bei? Warum? Scheiße, ich hab kein Holz. Wegen, ähm... Na sag schnell, wegen Fackeln machen. Ich hab nur noch sechs. Hast du Holz? Äh... Ne, aber weißt du, was ich jetzt mache? Pass auf. Ne. Aber du kannst dich schon... Du sitzt hier im Port dahin. Aber natürlich. Puh... Setz dir mal... Setz dir mal einen Harry hin. Hab ich gemacht. Harry Potter. Dann... Soll ich da mal eben Holz? Ach, können wir ja auch gleich machen. Können wir ja auch gleich machen, ne? Also dann... Alles klar. Würde ich sagen... Ich bin dran. Ja, ich durfte vorhin auch nicht. Ne, jetzt ist Alex dran. Jetzt lass den Alex beenden. Aber der hat doch auch gemacht. Jetzt lass den Alex beenden. Nein. Das war jetzt Creative-Verse. So. Boah. Bis die beiden sich da... Jetzt seid lieb zueinander. Geht da nur noch auf die Rüste. Oh, gleich haben wir keine Steine mitgehalten. Stimmt. Lass uns aufhören. Lass uns aufhören. Wir sind lieb. Wir sind lieb. Okay. So. Dann wär was Neues. Ja. Hahahaha. Mach mich doch. Mach mich doch. Mach mich doch. Mach mich doch. Ich komm nicht hier hoch. Nein. Ich sitze in meinem Whirlpool. Wie? Du hast da einen Whirlpool? Ja. Ich hab keinen Whirlpool. Ach super. Und ich geh hier. Du bist nach hinten hinten. Das ist meiner. Ey, das sieht aus. Hör und. Dann. Ja. So. Jetzt aber. Jetzt machen wir Schluss hier für die Folge für heute. Ah. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Genau. Abonnieren, liken nicht vergessen. Kommentieren auch nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Kreativerse. Genau. Schönes Bad. Genau. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Du Arsch. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.